Musik Mein Name ist Tom Wessling. Als Head of Design bei Brax bin ich auch dafür verantwortlich, Trends zu entdecken, Trends zu scouten. Wir sind hier in Mailand natürlich, weil das als Fashion-Metropole eigentlich in Europa nach wie vor eine wichtige Stadt ist für Inspiration. Hier sind die großen Designer mit ihren Läden vertreten und das ist für uns der absolute Inspirationsquell, wenn wir uns für die neue Sommerkollektion mit Informationen versorgen wollen. Gerade Mailand ist natürlich als Fashion-Metropole ein extremer Hotspot für neue Trends, für neue Kollektionen, für neue Impulse. Und wichtig bei dem Ganzen ist natürlich, sich Kollektionen anzugucken. Das heißt, wir gehen in die Läden rein und gucken wirklich jede Stange, jeden Hänger, jedes gelegte Teil uns an. Am Ende ist es dann mein Job, die Looks zu definieren, die Kampagnen-Motive zu definieren. Die drei wichtigsten Trends für den kommenden Sommer haben wir immer mit Check, Track, Relax definiert. Das heißt, Karos sind ein ganz, ganz wichtiges Thema, Track, die ganzen Tracking-Geschichten, also alles, was über den Ad Leisure Sportswear-Bereich kommt, Hosen mit Seitenstreifen, ein bisschen Logoprints, Wordings, all das ist ein Riesenthema. Und Relax als ganz, ganz große Überschrift umfasst im Prinzip diesen ganzen Bereich um Casualwear, um Sportswear. Es wird alles entspannter, es ist alles super bequem, eben Relax.